Gott macht alles gut. Und wenn ich uns heute anschaue, kann ich jetzt schon sagen Amen. So viele strahlende Gesichter. Das Haus Gottes ist voll. Und die Menschen und die Kinder Gottes kommen, um vom Herrn die Speise zu empfangen. Was kann es Schöneres geben? Wir möchten heute anhand des Lebens Josef zeigen, wie mächtig Gott eigentlich ist. Wir haben heute eine kleine Umstrukturierung, und nämlich heute sitzen alle Kinder vorne. Ich möchte heute euch Kinder zuallererst herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Lieber Leiter, vielen Dank, dass ihr den ganzen Aufwand betrieben habt und es realisiert habt. Und auch diejenigen, die mit den Kindern mit den Leitern zwei Lieder vortragen. Heute dürfen die Kinder mit den Leitern zwei Lieder vortragen. in denen wir auch noch ausdrücken möchten, dass Gott alles gut macht. Liebe Versammelte, Geschwister, Gäste, herzlich willkommen. Was macht denn, oder wie können wir es fassen, dass Gott wirklich alles gut macht? Nicht immer haben wir dieses Gefühl, dass Gott wirklich alles gut macht. Aber, Geschwister, Gefühle sind nicht die Wahrheit. Aber, Schwestern, unsere Gefühle sind nicht die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes und die Versprechen Gottes und die Versprechen Gottes, das ist die alleinige Wahrheit. Das Wort Gottes und die Abitur Gottes, das ist die alleinige Wahrheit. Ich möchte heute das Leben Josef so chronologisch in kurzer Form wiedergeben. Um einfach bewusst zu werden, was denn alles in seinem Leben stattfand. Josef war ein geliebtes Kind bei Jakob. Er war ein Kind seines hohen Alters. Er war der Elfte von den Brüdern, also sie waren zwölf Männer in diesem Haus. Und er wurde geboren von einer besonders geliebten Frau bei Jakob. Rachel war ihr Name. Und Josef, er durfte diese Liebe des Vaters besonders erleben. Josef мог по-assobenemu переживать любовь своего отца. Er hat seinen Vater besonders geehrt. Er war ein Kind der Wahrheit. Er war ein Kind der Wahrheit. Und das hat ihm Probleme bereitet. Und zwar war es folgendermaßen. Und es war so, als er so ein bisschen herangewachsen ist. Und wenn er ein Kind war, waren seine Brüder schon viel älter und viel größer. Und seine Brüder waren ja schon viel älter und viel größer. Und sie haben viel Unsinn getrieben in ihrem Leben. Und sie haben viel Unsinn getrieben in ihrem Leben. Und Josef, der das merkte, sagte es seinem Vater. Und Josef, der das merkte, sagte es seinem Vater. Und der Vater fand es gut, dass er davon mitbekommen hat. Was meint ihr, wie die Brüder es fanden? Wie думаете, wie die Brüder es fanden? Wer meint, seine Brüder fanden das auch toll? Кто думает, dass seine Brüder es auch toll ist? Unser kleiner Brüder erzählt alles, was wir tun unserem Vater. Nach маленький Brüder рассказывает обо всем, was wir tun unserem Vater. Und ihr habt recht, sie haben ihn angefangen, mit der Zeit zu hassen. In ihrem Inneren hat sich angefangen, eine Abwehrhaltung zu Josef zu entwickeln. Aber Josef hatte neben seiner aufrechtlichen Herzenshaltung, auch noch eine Gabe von Gott bekommen, und zwar die Traumdeutung. Und Gott schickte Josef mehrere Träume, die davon berichteten. Und Gott schickte Josef viele Träume, die berichteten, dass einst eine Zeit kommt, wo deine ganzen Brüder sich vor dir beugen werden. Und diese Offenbarung Gottes und die Verkündigung Josef seiner Familie, hat die Brüder noch mehr verhärtet. Und folglich gab es ein Ereignis. Die Brüder waren unterwegs mit dem Vieh auf der Weide. Der Vater beauftragt Josef, nach seinen Brüdern zu sehen. Und als die Brüder Josef sahen, wurden sie so in ihrem Herzen verstockt. Und sie konnten sich nicht halten und wollten ihm das Leben nehmen. Ein Bruder, ein Bruder hat sich eingemischt. Und hat das verhindert. Und sie haben sich dann geeinigt, ihn nicht umzubringen, sondern zu verkaufen in die Sklaverei. Und so ihre Probleme, ihre Empfindungen, das war ihr Plan, ihr Problem zu lösen. Und diese Probleme, oder dieser Weg der Gedanken, das war ihre Plan, zu решieren, ihre Probleme zu lösen. Josef kommt in das Haus eines Hochgestellten in Ägypten, namens Potiphar. Und dort wird die Wahrheit Josef und der Segen Gottes in ihm transparent. Das, was Jakob in Josef sah, sah auch Potiphar in Josef. Und Gott hat in Josef's Leben alles gelingen lassen. Und Gott hat in Josef's Leben alles gelingen lassen. Und Potiphar merkte das und hat ihn über sein ganzes Haus gestellt. Und Potiphar, заметив это, поставил его начальником над всем своим домом. Die Bibel berichtet. Und die Bibel berichtet. Potiphar war nur noch verantwortlich, sein eigenes Brot zu essen. Das bedeutet, er hat alles Josef anvertraut. Das bedeutet, er hat alles Josef anvertraut. In diesem Moment wurde es allen bewusst und sichtbar. Die Frau Potiphar legte ein Auge auf ihn und wollte ihn zur Sünde treiben. Jena Potiphar, она положила глаз на Иосифа und хотела искусить его. Und da er wahrheitsgetreu war und nicht darauf eingegangen ist, ist er folglich durch Betrug im Gefängnis gelandet. Und поскольку Иосиф был верен правде и истине и не позволил это сделать с собой, он попал в тюрьму. Ich denke, ungerechtes Behandeln haben viele von uns schon erlebt. Ich denke, dass многие из нас уже пережили несправедливое отношение к себе. Das ist hart. Und es ist schwer. Schmerzhaft. Es ist больно. Was für Gedanken belastet Menschen, die ungerecht behandelt werden. Какие мысли отягощают человека в тот Moment, когда sie nicht справедливо abholen. Und Josef ist in diesem Gefängnis immer noch derselbe Josef. Но Иосиф остается тем же самым Иосифом, даже там, в тюрьме. Der Gott vertraut. Который доверяет Богу. Der weiterhin die Wahrheit erfüllt. Который дальше также исполняет Истину. Und dieser oberste vom Gefängnis hat Josef auch gesehen, er ist ein besonderer Mensch. И начальник этой тюрьмы, он также заметил в Иосифе что-то особенное. Und er hat ihn über alle Gefangenen und über alles, was dort passierte, auch gestellt. И он поставил Иосифа начальником, над всеми заключенными. Und es vergingen, also verging eine lange Zeit. Прошло долгое время. Es kommen vom Haus des Pharaos der oberste Bäcker und der Mundschenk ins Gefängnis. Und in der Zeit, als der Mundschenk und der Bäcker im Gefängnis waren. И на протяжении того времени, когда Хлебодар и Виночерпи были в тюрьме, träumten sie beide etwas. Им кое-что приснилось. Und diese träume verunsicherten sie und beunruhigten sie. Wer hat die Gabe, träume zu deuten, was diese denn bedeuten? Im Gefängnis gab es Josef. Und er hat ihnen dieses gedeutet und es ist nach der Zeit, die er gesagt hat, auch wirklich passiert. Und Иосиф, он объяснил им их Сны. И точно так, по времени, как он объяснял, все так и произошло. Einer wird befreit, der andere wird dem Tode übergeben. Одного отпустили, другого казнили. Man hat den Schuldigen gefunden. Нашли виноватого. Und es vergingen aber zwei Jahre, als dieser Mundschenk, der wieder im Haus des Pharaos sein Amt wieder aufgenommen hat. Nach zwei Jahren hat der Mundschenk über Josef, dem Pharao, gesprochen. Und es gab einen Anlass dafür. Und zwar hat der Pharao auch träume gehabt, die ihn auch in Unruhe versetzt haben. Und keiner von den Weisen und Wahrsagern, alle Weisheiten Ägyptens, konnten diesen Traum dem Pharao nicht deuten. Und dann sprach der Mundschenk zum Pharao. Und dann, вот этот Weisheiten Ägypten, он обратился к Pharao. Pharao, ich kenne eine Person. Und говорит, Pharao, ich kenne eine Person. Als ich vor zwei Jahren im Gefängnis war, hat er eins zu eins genau das mir gedeutet, was dann auch wirklich passiert ist. Und als das der Pharao hörte, hat er befohlen, sofort Josef vor sich hinzustellen. Und als Josef dann diesen Traum hörte vom Pharao, hat er sofort die Antwort geben können, was Gott dem Pharao eigentlich offenbart. Und zwar erwartet Ägypten jetzt sieben Jahre Wohlstand, besonderer Segen, besonderer Wachstum der Ernte. Und nach den sieben Jahren kommen sieben Jahre von Hunger, Dürre, Trockenheit. Und diese Trockene, diese Dürre und Hunger wird alles vergessen lassen, was zuvor ist, und wird das Volk schädigen. Und Gott offenbart Josef sofort, und Josef sagt, was das Land zu tun hat, damit es davor bewahrt wird. Und in diesem Geist der Wahrheit, in dem Josef stand. Und vor dem Pharao und seinem ganzen Gefolgschaft. Vor dem Pharao und seinem ganzen Gefolgschaft. Vor dem Pharao und seinem ganzen Gefolgschaft. Die Bibel sagt, allen hat das gefallen, was Josef und wie Josef das sagte. Die Bibel sagt, dass ihm alles gefallen hat, was Josef und wie Josef das sagte. Und der Pharao entscheidet, weil niemand im Land da ist, der so ein Geist Gottes in sich habe. Und der Pharao nimmt so ein Geist, weil er so ein Geist Gottes in sich hat, weil er so ein Geist Gottes in sich hat. Er erkannte diesen Geist, den auch damals der Vater Josefs. Er erkannte diesen Geist, den auch damals der Vater Josefs. Dann Potiphar. Und dann Potiphar. Der Kerkermeister. Und jetzt der Pharao, sie merkten, dass das ein Mensch der Wahrheit ist. Und er wurde nach dem Pharao als sein Vertreter, als der Landesverantwortlicher gestellt. Und mit großer Weisheit hat er das Land, die ganzen Arbeiten, die ganzen Einnahmen so organisiert. Und um das Land Ägyptens und auch viele andere vom Tod zu retten. Und dann kommt dieser Moment. Und dann ist dieser Moment. Josef hatte, als er verantwortlich wurde, auch eine Frau vom Pharao bekommen. Er hat ihm dann praktisch, wie es aussieht, entschieden, wer seine Frau werden sollte. Und er hat zwei Söhne bekommen. Und er hat zwei Söhne bekommen. Wer kann sich erinnern? Wer war der erste Sohn Josefs? Manasse. Manasse. Manasse bedeutet, der, der vergessen lässt. Manasse bedeutet, der, der vergessen lässt. Und Josef dachte die ganzen Jahre immer noch an die Trübser, die er vorher erlebt hatte. Na протяжении всех этих лет, Iosif постоянно вспоминал о той печали, которую он пережил. Aber Gott gab ihm dies zu vergessen. Und der zweite Sohn? Und der zweite Sohn? Ephraim? Ephraim? Richtig. Und da die große Fruchtbarkeit kam, nannte er ihn Ephraim, weil das heißt große Fruchtbarkeit. Und als dann die Hungersnot kam, kamen auch seine Brüder, um etwas Getreide zu holen für ihre Familien. Und Josef, ihr könnt euch das vorstellen, jemand, der dich so hart behandelt hat in deiner Kindheit. Und вот, Iosif, na тот Moment, вы можете себе представить, некто, который так жестоко с тобой обращался в детстве. Schaut mal vielleicht auf die Bühne. Wir sehen dort verschiedene Kleider. Da gibt es ein Kleidstück, das war dieses bunte, was der Vater ihm schenkte. Там есть одна рубашка, она символизирует ту, в которой ходил Иосиф, которая была подарена ему отцом. Was eine Besonderheit darstellt. Которая собой представляет одну особенность. Und die anderen. А другие. Das sind die Kleider seiner Brüder. Das sind die Kleider seiner Brüder. Und womöglich sind sie mit ähnlichen Kleidern gekommen. Und jetzt brauchen sie Hilfe. Und jetzt brauchen sie Hilfe. Bei dem, den sie einmal eigentlich verkauften. Помощi того, которого они niekогда продали. Was geht denn in Josef vor sich? Что происходит в Иосифе? Was würde in euch vor sich gehen? Что бы происходило в вас? Wir sprechen heute über das, dass Gott alles gut werden lässt. Мы сегодня говорим о том, что Бог все делает хорошо. Aber was erleben die Menschen? Но что переживают люди? Und Josef hat in seinem Herzen einen gewissen Frieden gehabt. И у Иосифа в сердце был такой определенный мир. Er hat aber seine Brüder auf die Probe gestellt. Но он проверил своих братьев. Wer sie sind. Кто они? Was sie in ihrem Inneren jetzt haben. Что находится в их внутренности? Wie stehen sie jetzt zu ihrer Familie und untereinander, Brüder mit Brüdern? В каком положении они сейчас стоят по отношению к своей семье и между собой друг к другу? Und durch diese Prüfung hat er sie in eine Enge getrieben, wo sie sich entscheiden mussten. И посредством вот этой проверки он их загнал, как бы, в такие тесные обстоятельства, где им нужно было принять решение. Entweder noch den jüngeren Bruder, den kleinsten, abzugeben. Либо отдать еще одного младшего брата. Und zum Vater, zu gehen, Vater, der Herrscher von Ägypten, er hat deinen jüngsten Sohn bei sich gelassen. Er darf nicht mehr raus. И прийти к отцу и сказать, отец, вот этот правитель Египта, он оставил у себя твоего младшего сына, и он не имеет права выезда из этой страны. Или, с другой стороны, показать свою силу и сказать, мы семья, мы остаемся вместе, мы не оставим нашего брата одного. Geschwister, und diese Begebenheit, братья и сестры, и вот эти события, hat Joseф zutiefst berührt, они очень глубоко затронули Иосифа. Und erst hier entschied er sich, sich seinen Brüdern zu offenbaren. И вот здесь, в этом моменте, он решается открыться своим братьям. Ich möchte aus dem ersten Buch Mose lesen. Ich möchte aus dem ersten Buch Mose lesen. Ich möchte aus dem ersten Buch Mose lesen. Kapitel 45. 45. Vers 4. 4. Wir lesen sofort, dass Josef, als der Moment kam, wo er sich entschloss, sich den Brüdern zu offenbaren, Er hat gesagt, dass alle seine Krieger, alle rausgehen sollten vom Zimmer. Er hat gesagt, dass alle seine Krieger, alle rausgehen sollten vom Zimmer. Und er weinte richtig laut. Und er weinte richtig laut. Dass das ganze Haus des Pharaos hörte, dass er weint. Und schaut, was er da sagt. Vers 4. Обратите внимание, что он говорит. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 12. hat mich Gott vor euch hergesandt. Und noch Vers 8. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das Land Ägypten. Brüder und Schwestern, wer spricht solche Worte, wie Josef sagte, in der Zeit seines Kummers? Wir alle erleben in unserem Leben immer wieder große Schwierigkeiten. Irgendeiner verschuldet sich uns gegenüber oder wir empfinden es jedenfalls so. Josef hat aber eine Verständnis, eine Offenbarung gesehen, Gott sandte mich hierhin und nicht ihr, nicht eure Werke. Das spricht von einem vortrefflichen Geist. Das spricht davon, dass Josef Gott sich anvertraut hat. Und er sagt, ich bin hierher gekommen, weil Gott das bestimmte, um allen Rettung zu geben. Und er sagt, dass Gott mich hierher verschlosselt, um allen Rettung zu geben. Geschwister, unser Ziel ist es, mit dem Kinderkampf jedem bewusst zu machen, dass Gott alles gut macht. Auch wenn du das jetzt nicht siehst. Und jetzt im Inneren nichts spürst. Und vielleicht, wenn du dein Vertrauen auf Gott legst. Und diese Gedanken, diese Emotionen, die dich besuchen in den Tagen deiner Trübsal. keinen bisschen Raum gibst. Nichts gibt es. Weil Emotionen, schlechte Gedanken, zerstören dich als Persönlichkeit. Потому что Emotionen, плохие мысли, они разрушают тебя, как личность. Sie fangen an, wie eine Autobahn in deinem Kopf sich umzudrehen und fangen an, die negativen Gedanken zu senden. Они начинают, по примеру, автобанов или скоростных страст в твоей голове переворачивать все и атаковать тебя. Das ist das, was man bei Josef nicht beobachten kann. Это то, что мы не наблюдали у Josef. Weil seine Gedanken waren, egal wo er war, immer aktiver Gedanken. Потому что его мысли были без разницы, где он находился, всегда активными мыслями. Er war überall, hat seine Fähigkeiten, die er hatte, er hat permanent gelernt und hat allen gezeigt, dass er ein Mann des Geistes ist. Везде, где бы он ни находился, проявлялись его способности и он показывал всем, что он является мужем Божьим. Und er sprach Positives und deshalb positiven Menschen werden immer gesehen. Он всегда говорил позитивно. Именно по этой причине позитивных людей всегда видно. Weil in ihnen Liebe, weil in ihnen eine Entwicklung, eine Zukunft zu erblicken ist. Потому что в них есть любовь, в них есть настрой на будущее. Mit solchen Leuten will man zusammen sein, weil er sieht immer weiter und er hat immer Energie und Motivation in sich. Рядом с такими людьми всегда охота находиться, потому что у них есть видение, у них есть позитивная энергия. Und das ist das, was Josef ausmachte. Und das ist das, was uns Menschen heute unterscheidet. Und das ist das, was uns Menschen heute unterscheidet. Aber ich möchte uns alle einladen. Но ich möchte нас всех пригласить. Gott macht alles gut, wenn du dich auf Gott auch einlässt. und unsere Gedanken, stellt euch vor, das sind wie Magnete. Представьте себе наши мысли, они как Magnet. Gute Gedanken, die ziehen gute Taten an. Hörige мысли, они pritягивают к себе хорошие дела. Die lassen dich, deine Fähigkeiten, die lassen dich leben, gestalten, dich entwickeln. Tuee способности, они дают жизнь, они дают тебе вдохновение. Das ist das, was schlechte Gedanken nicht machen können. Это то, что плохие мысли не могут делать. Und das ist, Geschwister, eine Herausforderung, wenn wir in solche Lagen kommen. И, братья и сестры, для нас это вызов, если мы попадаем в такие ситуации. Und unsere Aufgabe vor dem Herrn ist es in unserem Leben, diese Hürden zu überwinden und Gottes Treue zu erweisen. эти высоты брать и доказывать Богу свою верность. Und dann wirst du stark. Und dann wirst du in der Lage sein, dein Leben trotz Schwierigkeiten immer zu meistern. Und dann wirst du in der Lage sein, und nicht он что-то разрушает unsere жизни. Sondern wir, wenn wir uns schlechte Gedanken zulassen. Но мы сами, если мы допускаем плохие мысли, wenn wir aber so wie Josef guten Gedanken Raum geben, werdet jeder in seinem Leben feststellen, dass im Verlauf eures Lebens eure Treue und Gottes Segen darauf euch immer bestätigen wird, dass Gott immer alles gut macht. Und ich möchte ganz gerne, dass wir zusammen beten, dass wir Gott bitten, dass er uns für unser Leben hilft, jedem in seiner Lage zu guten Gedanken zu kommen, sein Leben, seine Probleme Gott ganz anzuvertrauen, und sich darauf zu freuen, wie Gott es in unserem Leben gut gestalten wird. Lass uns niederkniem beten.